Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Koa und die 5 Piraten von Mara. Das ist ein Jumpman Spiel, ein chilliges, macht auch glaube ich nicht so viel Neues. Es gibt ein paar nette Gimmicks, möchte ich mal sagen. Es sieht aber unfassbar süß aus. Auf jeden Fall ist ein Notfall auf der Insel. Stopp! Wir müssen nämlich schnell nach Pudi. Stopp! Weil die Piraten und Diebe sind da. Stopp! Und sie brauchen meine Hilfe. Also, als gute Koa, heißen wir natürlich, ich bin so dumm, als gute Koa gehen wir zur Insel und helfen den Leuten. Wir scheinen ja auch relativ reich zu sein, wenn wir einfach so ein Boot haben als kleines Kind. Passt schon. Also wir sind glaube ich kein Pirat, sondern die Piraten sind böse und wir müssen sie halt aufhalten. Und ja, ihr seht schon, das ist so ein klassischer Jumpman-One-Kram. Und was ich richtig gut finde, es gibt einfach eine Katzenfrau. Und eine Katzenfrau macht natürlich jedes Spiel einfach besser. Hey Koam, ja? Oh Mario, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Aber ja, doch, warum fragst du? Na, wegen deiner Nachricht. Ach die? Ja, ja, äh, keine Sorge. Aber guck mal, was ich hier Tolles zusammengebaut habe. Aber was ist denn jetzt der Notfall? Es gibt gar keinen Notfall, ich wollte nur sicher gehen, dass du herkommst. Aber du hast dich ja so angelogen. Naja, angelogen ist vielleicht etwas drastisch, kleine Koa. Aber wie wäre es, wenn du jetzt mein Jumpman-One hier ausprobierst? Ja. Yes, yes, yes. So, wir sind Koa und ich finde die Animation hier schon richtig cool, wie sie ganz normal einfach nur rumläuft. So richtig happy. Happy, happy, happy. Ja, wir können gehen, wir können laufen, wir können natürlich springen, wie es zu jedem Jumpman so dazugehört. Fühlt sich auch alles richtig smooth an. Und richtig geil ist jetzt natürlich das Tutorial, wenn man hüpft. Wir müssen erst mal ein bisschen ausweichen natürlich hüpft und dann kurz vorm Aufprallen diese Laufentaste drückt. Dann macht sie so eine Rolle. Das ist ganz cool. Und man kann, wenn man aus der Rolle heraus springt, dann kann man einen größeren Jump machen. Das sind quasi auch schon alle Mechaniken, die dieses Spiel hat. Es gibt auch eine weitere, die ist, wenn man springt und dann kann man noch so eine Stampfattacke machen. Aber mehr gibt es tatsächlich nicht. Kann sein, dass das mit der Zeit vielleicht ein bisschen eintönig wird mit nur so wenig Jumpman-One-Action. Oh, hier müssen wir das zum Beispiel machen. Und das funktioniert auch nur, oh, guck, wenn man kurz bevor man landet tatsächlich wieder die Rollentaste drückt. Sonst, wenn man das oben in der Luft schon macht, dann macht sie keine Rolle. Vielleicht auch noch interessant für den einen oder anderen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen eine Timing-Sache. Hat natürlich trotzdem so ein paar wenige Mechaniken als zum Beispiel ein Mario 64, was ja auch schon super alt ist. Keine Ahnung. Aber Mario 64 ist vielleicht auch einfach ein anderes Spielprinzip. Und es gibt wie in Zelda so komische Vasen, die man kaputt machen kann. Auch sehr cool. Und auch so witzige kleine Bobbels, die man gegen Scheiter knubbeln kann. Jo, that's all. Wenn man ins Wasser fällt, kriegt man natürlich Schaden. Es gibt drei Leben. Und wenn man dann die Leben verloren hat, dann kommt man aber... Wee! Ui, du! Dann kommt man einfach wieder zum letzten Speichelpunkt zurück. Die sind relativ nett gesetzt, so wie ich das bisher gesehen habe. Und hier erklärt er auch nochmal, dass wenn man aus der Rolle heraus einen Jump macht, viel weiter hüpfen kann. Wee! Und so kann man das dann, glaube ich, ziemlich flowig später alles miteinander verbinden. So, ich habe, glaube ich, euren coolen Parcours hier richtig gut gemeistert, oder? Ich denke, du bist bereit. Ja. Aber bereit, wofür? Na, für die Prüfung der fünf Piraten von Mara. Ja. Kannst dich bereits anmelden. Geh etwa zum Leuchtturm. Ja. Der Leuchtturm, hä? In Mara. Na gut, Mario. Du bist meine zweitliebste Soße, die ich auf meinen Burger packe. Also vertraue ich dir mal. Oh nein, was soll ich nur tun? Die Piraten, sie haben alles geklaut. Die Tische, die Stühle, die Hunde, die Bäume. Oh, sogar die Touristen haben sie mitgenommen. Diese Kinder, sie sind bestimmt daran schuld. Und Mario, der böse Typ hat gesagt, du bist schuld, dass hier alles vor die Hunde geht. Stimmt das? Hä, was meinst du? Ja. Ach, das meinst du, weil hier alles kaputt ist. Ja, nun, sieht so aus, als hätten die Piraten das Dorf geplündert. Und warum haben sie das getan? Na, um die Prüfung interessanter zu machen. Ja. Und? Willst du dich jetzt anmelden? Ja. Aber natürlich kostet dich das eine kleine Registrierungsgebühr. Ja. Aber keine Sorge, auf der ganzen Insel liegen solche komischen Muscheln hier rum. Sammle 20 davon und bring sie mir. Dann kriegst du dein Ticket. Ja. Okay, dann lernen wir auch mal die Insel kennen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Nummer 1. So, wir haben hier ein Rahmenrestaurant mit einer richtig süßen Katze davor. Finde ich schon mal cool. Gehen wir später vielleicht mal rein. Hui. Und machen hier natürlich mega die coole Jump-Action. Äh, ja. Ich laufe hier mal ganz kurz dann um die Insel herum. Das Anwesen hier sieht auch richtig cool aus. Einfach so eine richtig krasse Villa. Das wird der Don der Insel sein. Aber eine fehlt mir noch. Wo kriege ich denn jetzt die letzte Muschel her? Ich habe irgendeine Muschel vergessen. Oh no. Wird doch leider nicht angezeigt, wo die ist. Aber bestimmt. Hier, ah, hier sind die überall. Okay, nice. Bei den Krabbis. Haben die Krabbis mir noch mal eine Muschel ward. Hier ist ein Ticket. Ja. Wow, ein Ticket. Da steht drin, was du machen musst für die Prüfung der Piraten. Ja. So, jetzt aber. Wir können hier nämlich jetzt Müll aufnehmen. Und wenn man den in diese netten kleinen Mülltonnen wirft. Juh. Dann kriegt man Geld. Nett, oder? Kann man die Insel aufräumen und kriegt gleichzeitig Geld dafür. Das sollten die mal im echten Leben einführen. Dass man einfach Müll aufsammelt, was Gutes für die Umwelt tut und gleichzeitig Geld verdient. Muss ja nicht mal viel sein. So pro Müllbeutel, weiß ich nicht, zwei Euro oder so. Und dann wäre einfach ganz Deutschland, glaube ich, richtig, richtig sauber. Und die Kinder können sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Ob dann natürlich Leute irgendwie einfach Müll auf den Boden schmeißen oder so. Na gut, ist vielleicht auch keine gute Idee. Ah, dann wird erstmal alles verdreckt, damit man dann alles sauber machen kann. Dann muss man das vielleicht dokumentieren oder so. Ne, schlechte Idee. Deswegen bin ich nicht in der Politik, Leute. Deswegen nicht. Hallo, Saimi. Oh, hallo, Kleine. Schön, dich zu sehen. Ich mache jetzt mal einen Tee. Oh, sorry, alte Omi. Wir können nicht lange bleiben. Ich muss nämlich die Piratenprüfung bestehen. Na jedenfalls hat mir Mario eine Karte gegeben, aber sie ist ganz verschwommen. Kannst du damit was anfangen? Aber sicher. Gib mal her. Ich bin doch die Kategorrafin. Mehr von Mara. Oh, wird das jetzt ein bisschen so sein wie bei Zelda Wind Waker? Das kann natürlich sein. Bitte sehr, Koa. Vielen Dank, Saimi. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Das Spiel ist jetzt am 27. Juli rausgekommen. Also vor einer Woche ungefähr. Kostet 20 Euro. Für die, die es interessiert. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal in den Rahmenladen gehen, weil der sah interessant aus. Oh, meine ganze Terrasse. Kein einziger Stuhl wurde verschont. So kann hier keiner sitzen und essen. Oh, okay. Also die brauchen alle Hilfe. Das ist bestimmt auch richtig, richtig schön, wenn man dann hier... Also jetzt ist ja alles kaputt und wenn man dann später alles aufbaut und die Stadt oder die Insel wieder zu Leben erweckt wird. Naja, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Bötchen, weil auf meinem Bötchen fühle ich mich am wühlsten. Bötchen. Und man kann tatsächlich selber fahren. Uh, sogar richtig schnell. Okay, ja, das hat schon ein paar Zelda Wind Waker Vibes. Oder auch Paper Mario Stick Me. Wie heißt es denn? Da gab es doch auch so ein Boot. Okay, schon cool. Kann man springen? Oder was passiert? Oh, wenn ich dagegen knall. Ach, das bringt mir sogar was. Und who are you? Oh, sorry, kleiner Fisch. Ich wollte... Okay, das finde ich aber cool, dass man auf der Overworld auch so ein bisschen was sammeln kann, etc. Und das hier scheint aber doch eine nette kleine Orangeninsel zu sein. Du musst drei Level bestehen, dann kommst du zum Bossgegner. Ich werde am Ende auf dich warten. Alright, easy peasy. So, jetzt kommen wir mal endlich zum Spiel. Das nervt mich ja immer, wenn die Leute so viel reden und gar nichts passiert. Let's go! Auf jeden Fall sehr viel einzusammeln, das muss ja auch immer dazu. Puh, kaputt machen. Das gehört bei jedem Jumpman dazu. Das ist das A und O, was man bei einem Jumpman machen muss. Können wir hier mit den Fischen irgendwas machen? Können wir die mitnehmen oder so? Oh nee, kann man da Fischereien tun? Auch nicht. Aber man kann alles kaputt machen. Das ist ja ganz cool. Also. Ich vermute mal, es wird trotzdem natürlich nicht so super toll sein, wie zum Beispiel Head in Time, was ja einfach richtig krass ist. Oh, was ist das? Da, diese Special-Währung. Oh, und es geht natürlich auf Zeit. Ihr seht unter der Special-Währung, wie lange wir brauchen. Es gibt auch einen Speed-One-Modus in diesem Spiel. Deswegen erhoffe ich mir eigentlich, wenn ich mal hier das ein bisschen besser hinbekommen würde, dass das alles ein bisschen krasser float. Momentan ist das alles noch sehr chillig. Man müsste dann wahrscheinlich die ganze Zeit mit dieser Roll-Action hier hantieren. Die Sache ist, wenn du die ganze Zeit diese Roll-Action machst, dann bist du nicht mehr so gut im Hin- und Her-Wobbeln. Ich erklär wieder richtig gut. Dizzy ist der Erklär-Profi. Also es ist alles ein bisschen schwammig, wenn man diesen Special-Move macht. Jetzt ist es nicht mehr so gut steuern. Ja, das ist, glaube ich, ganz okay erklärt. Wäre natürlich interessant zu wissen, ab wann man vielleicht schnell ist und ab wann man nicht so schnell ist mit der Zeit. Und, oh, einfach ein versteckter Schalter. Wilde Sache, das. Und ob es sich das lohnt, tatsächlich alles kaputt zu machen. Vielleicht müsste man da dann eher ein bisschen abwägen, ob man jetzt die ganzen, wie, die ganzen Muscheln haben will. Weil an sich ist das ja nur eine Währung. Oder eben nicht. Ich glaube, beim ersten Mal hier, das ist auch diese Special-Währung für unseren Rucksack, nicht wahr? Cool, cool, cool. Ähm, ist hier vielleicht auch Special-Sachen hier unten? Habe ich ein Secret gefunden? Nein. Ich bin einfach nur weiter runtergefallen. Toll. Aber ja, im ersten Durchgang sollte man wahrscheinlich einfach sich alles erkunden lassen und dann beim zweiten Durchgang kann man dann ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Das ist, glaube ich, der Trick bei diesem Spiel. Ach, das sind die Kontrollpunkte. I see, I see. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es hier noch irgendwelche krassen Kniffe gibt. Oder ob das tatsächlich so seicht bleibt. I see. Ja, ist auch chillig. Also wer ein chilliges Sampon 1 möchte, das auch noch süß aussieht und sich gut steuern lässt, könnt hiermit wahrscheinlich sogar Spaß haben. Auf und machen. Ja, dankeschön. Okay, wir haben alle Special-Dinger gefunden. Dann kann dieses Level ja nicht mehr so lange dauern. Zwei Minuten ist aber natürlich ein bisschen langsam. Aber wir haben natürlich jetzt auch alles eingesammelt und sind einmal runtergefallen. Wuppa! Aber ich muss viel häufiger mit dieser komischen Rolle arbeiten. Ich glaube, damit kann man richtig viel Zeit rausholen. Ich spiele auch momentan richtig viel... Oh, hier ganz viele Muscheln. Ich spiele ganz viel Mario Kart. Wird das auch gerne mal streamen. Aber irgendwie habe ich keine Lust zu reden. Vor allem nicht im Stream. Das hat dann doch immer noch mal was anderes, wenn da plötzlich Leute zugucken. Oh, und ich mich dann aufrege. Yo, ich verliere gleich alle drei Leben. Lame. Okay, man verhält seine Muscheln. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Aber die Zeit geht natürlich weiter. Also man verliert Zeit dadurch. Einen anderen Nachteil hat es nicht. Aber ja, eigentlich könnte ich Mario Kart richtig easy streamen, weil ich das gerade abends immer so zwei Stunden einfach vor so Lulz spiele. Bin da jetzt auch so bei vier... Nein, ich habe die zwei Muscheln vergessen. Bei 4.500 Punkten. Und komme da dann auch nicht mehr weiter. Deswegen jetzt ist das quasi ein bisschen spannender als bei den anderen Mario Kart Parts, die ich gemacht habe, wo ich halt immer erster wurde. Ach guck mal, hier sieht man jetzt auch wie... Wow, eine Minute zehn für Gold. Das ist aber schon hardcore, oder? Da muss... Okay. Lass einmal probieren. Einmal probieren, ob wir Gold hinbekommen. Wie schwer das sein könnte. Ja. Musst du hier natürlich jetzt alles wegmachen. So, die ganze Zeit diesen coolen Sprung machen, weil man mit dem am schnellsten ist. Let's go, let's go, let's go. Aber eine Minute zehn ist schon krass. Jawohl. Wenn man die Map kennt. Aber ich muss hier alles aktivieren. Das ist ja richtig dumm. So, nochmal eins. Mach schneller, mach schneller. Ach nee, okay. Finde ich gut, dass die Zeit stoppt, während die Animation hier ist. Aber wir brauchen doch auf jeden Fall beide, oder? Ich glaube, sonst hast du gar keine Chance. Mach kaputt, mach kaputt. Rauf da. 26. Ja, doch. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Wir haben jetzt die Hälfte der Zeit weg, aber da vorne ist ja schon das Ziel. Also, wenn man wirklich auf gar nichts achtet, dann kommt man hier ganz gut weiter. Komm. Hopp, 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 hopp. Ich habe keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit, den Speicherpunkt zu nehmen. Jetzt darf ich halt nur nicht sterben. Der eine Part da drüben kann nochmal doof werden. Wo ich ja eben auch schon einmal runtergefallen bin. Aber sonst. Ja, easy. So, wir machen auf Nummer safe. Wir müssen ja nicht super schnell sein. Okay, also auch wenn man das nicht perfekt macht, kriegt man auf jeden Fall Gold hin. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Nice, U. Gibt es dafür Special-Punkte? Oh, man kann auf jeden Fall doppelt die Muscheln sammeln. Das Flink-Plateau. Oh, geil. Mit so Speedpads, oder was? Ja, da habe ich Bock drauf. Let's go. You are right. Ich will mich hier auch gar nicht umgucken, Tobi. Und das ist, ich will hier einfach so schnell durch wie möglich. Speedpads. Ja, sowas ist geil. Das hat schon ein bisschen was von Sonic-Vibes, oder? Oder von, ähm, was ist denn das andere? Von Sony. Crash Bandicoat. Ja, hier auch mit diesen Kisten an der Seite und so. Also, stimmt. Das hat viel mehr. Ah, guck mal, du machst dir sogar Geburt. Viel mehr Ähnlichkeit mit Crash Bandicoat und alles andere. Wuhu! Oh, den ersten haben wir schon verpasst. Der war wahrscheinlich ganz am Anfang. Ja, das ist jetzt schon mehr meine Sache. Das ist mehr Geschicklichkeit. Das gefällt mir mehr als das erste Level auf jeden Fall. Yay. Ein paar Gegner fehlen, oder? Das, das... Nein, ich habe den Jump-Pet nicht mitgenommen. Dum, dum, dum. Aber den. Und den nehme ich auch mit. Wuhu! Hier hätten wir auch nach rechts gehen können. Ja, da wäre auch eine Münze gewesen. Aber egal. Wir müssen einfach nur schnell ins Ziel kommen. Eine Minute zehn war das wieder, ne? Okay, let's go, let's go. Wir haben doch eigentlich keinen Fehler gemacht, außer dass wir einen Speedboost nicht mitgenommen haben. Aber das hier finde ich schon mal richtig nice. Hier. Ne. Höh! Eine Minute zehn langt gar nicht. Waren das eine Minute zwanzig, die da standen? Muss dann aber sehr schnell sein. Wo ist das Ziel? Da vorne. Oh, kann knapp werden. Eine Minute zwanzig. Kriegen wir hin. Waren das eine Minute zwanzig? Ich bin einfach tot. Warum ist die tot? Ne, eine Minute dreißig. Okay, da hatten wir ja ganz viel Zeit, Leute. Ja, das war witzig. Sowas mag ich. Also sowas gibt's auch. Dann bin ich mal gespannt, wie der Boss wird. Ob es da dann tatsächlich mal einen Gegner gibt? Oder was daran speziell sein sollte? Kann man halt auf beide Arten spielen. Man kann das halt so spielen, wie ich jetzt, so ein bisschen Speedrun mäßig. Oder wenn man lieber den gechillten Jump'n'Run Spaß mag, dann halt ein bisschen gechillter. Dann ist halt die Zeit egal. Kann man ja danach immer mal wieder neu anfangen zu spielen. Aber ich will jetzt eigentlich einfach nur so schnell durch. Wie geht? Let's go. Dann sieht man natürlich nicht so viel von den Maps. Aber es ist ja gerade relativ umpe. Let's go. Achso, ihr könnt... Jay möchte das... Oh nein. Nachher streamen. Also der Jay Kloxen, den guck ich auch mal ganz gerne. Und der wird das garantiert chilliger spielen als ich. Heißt, wenn ihr die chillige Version hiervon sehen wollt, dann könnt ihr ja bei Jay auf Twitch einschalten. Shout out. Das ist mega sad, dass er kein YouTube mehr macht, der kleine Jay. Nur noch Streams. Könnte ich, glaube ich, nicht. Das wäre mir zu anstrengend. Weil ich einfach kein... Kein sehr sozialer Mensch bin. Ich glaube, man nennt das asozial, wenn man nicht sozial ist, oder? Aua. Das war natürlich der Speedrun-Trick hier. Brauche ich den? Ja, ich brauche den. Oh Gott. Wie knall ich denn das dagegen? Kann ich das Schäfchen nehmen? Nee. Was brauche ich denn? Da drüben ist so eine Dings. Okay, nehme ich mit. Aber eigentlich wollte ich ja schnell sein. Oh yeah. Wo kriege ich denn jetzt was her zum Werfen? Wenn ich das Schäfchen nicht werfen darf? Moment. Ach, da drüben. Ich sehe es. Hier sind diese Wobbles. Oh, Entchen. Hallo, kleine Entchen. Die sind die, die sind die. Bin ich auch gespannt, wie das der Jay spielen wird. So, einmal dagegen knubbeln. Macht hoffentlich beide an. Ja. Scheint auch eine etwas längere Map diesmal zu sein. Okay, die gehen gleichzeitig raus und rein. Aber das kenne ich doch. Ich bin doch... Nein. Oh, okay. Oh, das war mehr Glück als Verstand. Ich bin doch... Trin... Miert! Und... Sagt der und stirbt. Von Fall Guys, wollte ich sagen. Shit! Jesus, mieses. Mara Schnara. Ja, ist glaube ich ein schönes Spiel, was man einfach abends so vor sich hin daddeln kann. Aber sonst nichts zu tun hat. Und let's go. Awesome. Rennen zur See. Glückwunsch, Koa. Hier ist ein Kartenstück. Es gibt nur ein winziges Problem. Es ist im Fluss. Aber lass uns einfach ein Wettrenner rummachen, ja? Wenn du gewinnst, dann gehört es dir. Na klar. Okay, also die läuft nicht denselben Weg wie ich, sondern wir müssen einfach nur schneller als das Fluss sein. Aber wahrscheinlich ist das auch relativ human geregelt. Also man darf nur nicht langsamer sein. Also kann ich mir vorstellen. Als... Äh, Bronze? Guck mal, wir können hier sogar den Weg absperren. Das ist ja richtig gemein. Hä? Wir sind kein fairer Sportsmann, wie es scheint. Wie soll sie denn da jemals durchkommen? Ja, einmal kurz gestern zumindest. Ups. Nein, wir müssen gewinnen. Wir dürfen sie nicht vorankommen lassen. Aber ich glaube, sowas könnte Jay ein bisschen doof finden, weil er dann gezwungen wird, tatsächlich schnell zu sein. Wo muss ich hin? Gibt es einfach... Nein! Gibt es einfach zwei Wege oder was? Jo, ich muss von ganz vorne starten. Ach, weil ich keinen Sprecherpunkt hatte, ja. Ich glaube, ich nehme dann diesmal den rechten Pfad. Ja. Nein, scheint leichter zu sein, weil es hier auch einfach gar nichts gibt. Die einzige Keul, okay. Aber ich will die ja gar nicht. So, pass auf. Ist die schon da vorne? Habe ich das richtig gesehen, dass hier Fluss schon da vorne ist? Ne. Oh. Ich dachte gerade schon. Das ist nur so eine komische Mühle. Hüpp, hüpp. Hüpp, hüpp. Brauche ich den? Das schafft mir nur mehr Zeit, ne? Aber Zeit ist gut. Das ist auch gemein. Gegen den Strom. Brauchen wir so ein Ding? Wir nehmen mal lieber eins mit. Ja, ja, doch. Ich sehe da vorne schon den Schalter. Also ich glaube, man sollte einfach immer alles mitnehmen. Wenn geht. Und auf der sicheren Seite. Zack, zack. Gegen, mal an. Huh. Zack. Komm mal, die ist doch noch ganz weit weg. Kriegen wir easy hin. Njung, da vorne ist das Ziel. Gewonnen! Immer diese Posen. Dieser plägt sie einfach. Liebs. Aber so langsam. Wunsch, Koa, mal wieder. Du hast mich besiegt. Hier ist der Kartenstück. Es ist nass und verschwommen, also bringst du deine Oma, ja? Das scheint deren Ding zu sein, dass das immer nass und verschwommen ist, deren Kartenstücke. Ja, aber da habt ihr jetzt einen kleinen Einblick bekommen in dieses Spiel. Sollte lang. Ihr habt gesehen, was es so gibt. Werden wahrscheinlich noch weitere Obstacles und sowas in diese Welt reinkommen. Ich glaube, es gibt acht Welten an sich, also acht Inseln, die dann alle mal drei Level haben oder so. Ich hab jetzt eine halbe Stunde für den Anfang hier gebraucht, also kann man rechnen, glaube ich, so vier Stunden, vier, fünf Stunden, um das Spiel durchzuspielen. Für 20 Euro ist okay. Ist ein, ja, so ein bisschen feel good game, I guess. Einfach so ein bisschen rumhüpfen und Spaß haben. Ja, aber sollte langen, dass ihr einen Einblick bekommen habt. Und von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.